jo leute was geht ab und willkommen zurück zum neuen league part also das letzte mal habt ihr gesehen dass ich gewonnen habe und das heißt ich habe jetzt die normalen runen zurück bin jetzt mit poppy am start weil ja ich dachte mal poppy weil ihr wollt bestimmt auch was anderes sehen nicht nur evelyn und ja ich hatte im letzten game habe ich tatsächlich poppy gespielt aber mein speicherplatz war zu klein und dann hat er mit nur zehn minuten aufgenommen ja gut ich werde euch jetzt einen kleinen clip davon zeigen also y'all ja 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 fliegel ja 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 Wow, what the f**k? Klasse Champion. Wow, echt jetzt? Oh was, wie ist die Ulti daneben gegangen? Die Ari, what the f**k? Das war so klar. Oh. Oh, wenigstens ist das. Oh my god. Oh my god. Oh my god. So, ich habe jetzt einmal verloren. Nein, doch. Ich habe jetzt 38 LP. Und ja, wie gesagt, das mit dem Würfel machen wir halt im Game. Weil OBS macht FPS Drops. So, also ich werde Trinity Force auswechseln. Also natürlich bei Poppy. Also natürlich bei Poppy, bei Evelyn ist noch nichts passiert. Und ja. Das ist die 3. Und die 4. Hier. So, dann lassen wir mal nachgucken was es ist. Okay, ich habe jetzt nachgeguckt. Das ist Black Leaver. Und ja. Und ja. Habe ich das Item straight up mit dem tankigeren Item ausgewechselt. Nee. Das lasse ich mal lieber. Aber ich warte jetzt hier. Oder ich port mich weg. Ist besser. Okay. Ach. Na super. Ja okay, so geht es natürlich auch. Hm. Hä? Okay, der Typ macht erstmal Drache. Ich sage jetzt dazu mal nix. Ich weiß auch nicht. Entweder trollen die Gegner oder das ist Revanche für das letzte Game. Drei Flamer im Team. Und ne Argi, die sich nicht getraut hat, weil die gegnerische Raiden Clans dabei hat. Ich meine, wenn das reicht Clans mitzunehmen, dass keiner mehr in einen reingeht. Dann würde ich das für Flashback machen. Oh, Toplane ist Freekill. Ich wäre ja Mitte nochmal gegangen, aber der spielt jetzt doch ein bisschen vorsichtiger. Das ist dem sein Ernst. Dank dem seiner coolen Säule bin ich verstecken geblieben. Ich könnte mich absolut nicht mehr bewegen. Okay. Der Echo pusht jetzt noch ne Runde. Der Echo pusht jetzt noch ne Runde. Was soll man dazu noch sagen? Okay. Oh Mann. Das ist so traurig. Der nach den anderen Auswahl erzählt sie erst mehr hat. Ich weiß es nicht. Ja, die soll einfach weh machen, dann ist er tot. Oh Gott. Ach, haben sie meinen Blubuff gestohlen. Na ja, irgendwo muss er ja sein Geld herkriegen. Der ist vier Level unter mir. ne, ich warte gehe ich oben lang ach, na super ich glaube, den kann ich nicht kalt machen, oder? ok, vielleicht doch na gut, ich muss den pushen der hat elo alive, der will die beten was macht der echo down? der hat immer noch keine MR die rennt runter, die wird gefordert das ist ja, ich muss den pushen Beheh, das ist real.